Liebe Schwestern und Brüder, in einer alten Überlieferung wird uns der Evangelist Lukas als Maler vorgestellt. Und ein zeitgenössischer Ausleger schreibt ein ganz schönes Buch über diesen Evangelisten, Lukas malt Christus. Die älteste Überlieferung sagt, er malt Maria. Wir wissen, Lukas war nicht Maler. Wir wissen, er hatte einen ganz anderen Beruf. Er war Arzt aus Antiochia, jener Stadt, wo man die Christen zum ersten Mal eben Christen nannte. Gestern noch haben wir Ignatius von Antiochien gefeiert. Wie kommt es zu dieser Zuschreibung, dass dieser Evangelist ein Maler ist? Es hängt mit seiner Zuordnung zur Schönheit zusammen. Und wir können das ganz leicht verstehen. Schönheit nicht in einem Sinn, wie wir sie heute verstehen, von oberflächlich Hübschem, sondern tiefer Schönheit, die immer hinweist auf das Göttliche. Wir müssen nur einmal denken, wenn es das Lukas-Evangelium nicht gäbe, wie würden wir Weihnachten feiern? Was wäre der Höhepunkt unseres Betens, des Betens der Kirche seit anderthalb Jahrtausenden, am Morgen, am Abend, in der Nacht, wenn wir nicht auf die Evangelien dieser Hohen zusteuerten, im Benediktus, im Magnificat, im Nunc Dimittis? Was wäre auch ein heiliges Jahr der Barmherzigkeit, wenn es nicht diese großartigen Gleichnisse aus seiner Feder gäbe, die er uns bewahrt hat? Der barmherzige Vater, der barmherzige Samariter, der arme Lazarus im Schoß Abrahams? All das ist die Schönheit, die göttliche Schönheit, die Lukas uns überliefert. Und von daher muss es uns überhaupt nicht wundern, dass seit ungefähr 100 Jahren dieser Evangelist nicht beliebt ist. Man kann sich kaum vorstellen, was man gegen diesen Lukas geschrieben hat. Ich will es gar nicht ausbreiten, weil ich möchte mich zum Diener des Hässlichen machen. Es ist kein Wunder, dass genau die Gegenseite des Schönen und des Göttlichen gegen diese Schönheit ansteht und kämpft. Wir hören es in der Lesung schon. Alexander der Schmied hat mir viel Böses getan. Es gibt immer welche, die die Nachfahren Alexander des Schmieds sind, die sie sich in den Dienst des Hässlichen und des Bösen stellen. Schlimm, wenn es ausgerechnet Theologen sind. Die Lust am Destruktiven. Das mag eine pubertäre Erscheinung sein, aber Pubertät ist in der Regel irgendwann zu Ende. Bei manchen hört sie offenbar nie auf. Diese Lust am Hässlichen, am Zerstörerischen, am Chaotischen. Das ist Lukas keineswegs fremd. Ein Arzt in der damaligen Zeit wird viel gesehen haben, was wir uns heute kaum vorstellen können. Aber genau aus dieser Quelle heraus ist er auf der Suche nach Heilung. Heilung für die Verletzten auch seiner Zeit. Heilung für die ganze Welt. Deshalb ist er Christ und stellt sich in den Dienst des Heilands. Deshalb wird er zum Diener und Bewahrer und Überlieferer, zum Apostel der Schönheit. Das ist Lukas wirklich. Man kann sich in seinen Texten nicht, wie man das vielleicht in schönen romantischen Gedichten tun kann, nicht verlieren. Aber man kann sich in ihnen viel mehr finden. Diese Sehnsucht, die Gott in unser Herz gegeben hat. Diese Momente, wenn wir die wirkliche Schönheit entdecken in unserem Leben. Und uns das Herz auf- und übergeht. Dann sind wir ganz nahe bei dem, den Lukas beschreibt, in dessen Dienst er sich zeitlebens stellt. Weshalb er keine Mühe scheut, dem Apostel Paulus hinterherzureisen und ihn jahrelang zu begleiten. Wir hören das. Nur noch Lukas ist bei mir, schreibt der alternde Paulus. Im Dienst der Schönheit zu stehen und bewusst auch in dieser chaotischen Zeit, die die Lust hat, am Destruktiven, am Hässlichen geradezu, die Schönheit zu suchen. Wir finden sie im Evangelium. Die wahre Schönheit findet sich allein im aufstrahlenden Angesicht Christi. Gott, ihn sollen wir suchen, ihn als Punkt vor Augen haben, damit wir niemals, und Lukas hilft uns dabei, die Orientierung verlieren. Gott, dich förutziest über YouTube, Lassianachricht. Audrey und